moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 es kommt noch schlimmer ja es wird langsam dunkel aber wir können hier glaube ich von hier um wieder rausgehen oder ohne den uhrviechern da überm weg zu laufen dann wieder hier runter die wölfe könnten wir noch überleben überstehen komm her nur dich will ich jetzt so sein fleisch nehmen wir mit und den eisenheim nehmen wir mit alter wer hat mich gekillt okay ich hatte jetzt hier gespeichert gehabt mal einen richtigen save game gemacht ausnahmsweise so ich habe jetzt nicht erwartet dass er mich jetzt so schnell gilt herrlich einfach herrlich einfach mal drauf zu gehen wenigstens habe ich ihn selbst gemacht mal ein richtiges ruckel nicht ruckeln auch zurück jetzt sind sie da hinten die wölfe komme ich an denen anders irgendwie vorbei und will ich sehen mal ausweichen erst mal will eine bessere rüstung haben so das nehmen wir auch mal mit ach so dass uns schlangen ich hier höre ich habe auch anderes wie viel naja snapper so speicher einmal da hat das jetzt auf mich abgesehen oder nicht noch nicht so aber den haben wir auch dann so gehen wir mal wieder zur straße so die waldbeeren die 10 lp nehme ich mit die 10 lp xp hier war doch noch ein hase irgendwo oder auch nicht so warte mal wo genau befinde ich mich jetzt hier ein dodos sehr viele dodos vielleicht drei stück die konzer sie an der straße noch nicht war so alles mitnehmen ich habe jetzt mal hier gebraucht die dinge warte was denn da goblins oder diese anderen viecher ich hoffe das sind jetzt nicht die anderen viecher da warte mal jetzt noch mal kurz gucken das ist der weg nach braga ich muss die richtung da ist noch ein hase schön dass die fleisch geben so noch ein snapper den lasse ich mal blutfliegen ach stimmt unten unten war waren die dienst ich weiß ja sie ob die motorischen sprachen hatten wegen dem ding zu schwer schade wäre schön gewesen aber stimmt hier entlang war der bauernhof so so ähm nee war man du hast recht häng dir der rebell hat dich tatsächlich bestohlen sag ich doch dieses volle lumpenpack sollte man ausräuchern oder in die minen schicken also ich habe ihm jetzt nicht sein gold geschickt ich speicher mal und wir versuchen coal jetzt mal mitzunehmen äh ich begleite dich nach nemora ich begleite dich nach nemora das würdest du für mich tun endlich ich hänge den knecht an den haken und werde rebell meinst du dass sie mich aufnehmen wir werden sehen okay sag mir wenn es los geht ähm lass uns nach nemora gehen alles klar folge mir ich hoffe du weißt dass ich im kampf keine große hilfe bin dann solltest du schneller laufen okay also ich folge ihm ich hoffe wir überstehen das bitte greift er jetzt hier nichts einfach so an ich will ihn leben dort äh das wollte ich jetzt nicht wollte die pflanze hier mitnehmen wo gehst du hin da ist ein scheiß wolf gut dass ich ein bisschen aufgeräumt hatte aber wehe er geht zu den wölfen ich habe keine lust ihn jetzt an den wölfen zu verlieren aber ich bin wo ist er hinn da Okay, ähm, bitte lass jetzt da keine Wölfe sein. Will jetzt nicht, dass er drauf geht, wenn er da ist. Will die Quäste erfüllt haben. Oh nein, da geht genau in Richtung, in die Wölfe rein. Lass ihn in Ruhe. Alter. Ich hasse ihn. Das hast du jetzt davon. Alter. So, da sind wir. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Fremde. Hier, ich gebe dir noch was für den Rückweg. Möge Innos dich beschützen. Jo, dankeschön. So, Wolf. Apropos Wolf. Wo, äh, wo ist denn Wolf? Unser Kollege. So, äh, wer wollte noch mal den Links haben? Hier, Zauberwurz nehmen wir mit. Die dürfen ja looten. Was kann denn schon groß passieren? Als wenn das so einfach wäre. Er wollte doch hier jemanden haben, he? Kipler. Wer wollte hier jemanden haben? Äh, Cole? Wo geht's jetzt noch mal nach oben? Hier, oder? Hör bloß auf mit der Scheiße. Russell? Äh, sagst du mir jetzt welche? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ich glaube, Russell ist der Boss. Ich habe wirklich das Gefühl, Russell ist it. Aber wer wollte jetzt hier, äh, jemanden haben? Randall? Ähm. Ich glaube, ich lege mich mal schlafen. So, bis zum nächsten Morgen. Oh, hier ist ja richtig hell. Ist das dein Ernst? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So, das nehmen wir mit. Da darf ich ja klauen. Beziehungsweise pflücken. Wie viel Morgentau haben wir ja mittlerweile. Ein Moment. Morgentau. Ne? Da, Morgentau. Haben wir 236. Von Waldbären haben wir 156. Morgentau. Trotzdem gefällt mir das Ganze auch gar nicht genug, wie es ist. Egal, wir gehen mal weiter. Beziehungsweise, ich würde jetzt mal Richtung Gotha gehen wollen und versuchen. So, hier müsste jetzt auch nur noch ein Wolf sein. Da. Alter, was? Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ähm. Scheiß drauf. Fuck. Dann gehen wir direkt nach Gotha. Dann lasse ich das mal sein. Kümmern wir uns darum. Ein andermatch. Echt jetzt? Der eine Scheiß-Wolf hat mich jetzt einfach erledigt? Was ist das denn für ein Scheiß-Wolf gewesen? Lassen wir mal Call in Ruhr. Dann penne ich hier bei denen einfach mal bis zum nächsten Morgen. Und ich will es noch mal in Gotha versuchen gegen die Untoten. Äh. Hier. Das sieht aus nach einem Weg. Das sind hier schon viele Orks. Muss man sagen. Alter, wieso ruckelt das so extrem? Ich muss jetzt nach eigentlich nach Norden, ne? Ich muss erst mal wieder Richtung Trelis. Von da weiterhin nach Norden bis nach Gotha. und gucken mal mal wie gut wir gegen die Untoten mittlerweile ankommen. Das hört mich jetzt nicht in den Visier. Ne. Warte mal wie sieht eigentlich mein Ruf aus beim Waldvolk 40 bei den Rebellen 15 bei den Assassinen 3 bei den Orks 5 Nomaden und Nordmar haben wir noch gar nichts. Nomaden müssten irgendwo hier sein und Nordmar da. Glaube ich. Und die ganze Wüste hier heißt dann wahrscheinlich Varant. Und das ist eher der Nordmar komplett. Gescheitert. Haben wir noch nichts gescheitert zum Glück. Ah, warte mal. Äh, alle. Gescheitert noch nichts erfolgreich hier. Hier. So, okay. Erstmal nach Gotha. Aber ich finde das mit Gotha tatsächlich auch interessant. Weil, äh, eine ganze Stadt hier von Untoten überrannt. So, da haben wir die Rebellen wieder. Hier guck mal, sind die mir wieder freundlich sind oder sind die immer noch orange die Namen von denen. So misstrauisch. Jetzt müssen eigentlich schon ein paar Tage vergangen sein, als ich hier scheiße gebaut habe. Die sind immer noch orange. Warte mal, wir haben auch, wir haben schon zwei Erz. Wie viel wollte Dings hier haben? Wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Ähm, Montera. Torek will magische Erz haben. Hör bloß auf mit der Scheiße. Wie viel wäre? Fünf magische Erzstücke von zwei Tagen. Der wird jetzt wahrscheinlich sauer sein, dass ich jetzt das nicht geschafft habe innerhalb der Zeit. Ich speichere trotzdem mal. Ja, aber woher hätte ich jetzt eigentlich auch fünf Erz herholen sollen? Aber egal, wir gehen mal Richtung Gotha. Beziehungsweise Fahring können wir auch mal versuchen und von Kann ich da rein zoomen, ne? Gibt's einen Weg hierhin? Es gibt keine direkte Straße von Fahring aus irgendwie. Aber keine Hauptstraße. Hatte ich jetzt gespeichert gehabt? Ich weiß das nicht. Ich speichere mal. Hab jetzt vergessen, ob ich gespeichert hat oder nicht. Und wir haben noch neun Lernpunkte. Oh, warte. Wir haben hier rausreden. Falschen fehlt mir noch. Niederschlagen fehlt mir. Querer Taschendiebel und unmöglicher Taschendiebstahl. Ah, okay. Meucheln und Meister Dieb. Der Held kann sich von hinten an seinen schlafenden Opfer heranschrechen und das komplett ausblüffen. Oh, wie geil. Können wir richtig Kohle machen dann. Und hier unmögliche Schlösser knacken. So, mal gucken. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo ich Dingens lernen kann. Also, wie ich Gifte und Krankheiten Resistenz bekomme. Werden wir vielleicht früher oder später noch irgendwie rausfinden. Auf jeden Fall. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir das lernen können. Ah ja, stimmt, hier waren ja die Barks. Späer, Späer, Mieterkrieger, Nakan, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Stimmt, was hat er hier? Maximal Lebensenergie plus 20. Schwere Ork-Söldner-Rüstung 80.000. Wir haben nur 24.000. Aber ich kann ihm das hier anbieten, Andrein. das hier das haben wir hier Fackeln. Fläschchen, oh. So, das. Hier behalten wir alles. So, Tiere rufen. Ich glaube, Zauber brauchen wir gar nicht. Ich verkaufe die mal. Wir nutzen das ja eh nicht, nur die Teleport-Dinger würde ich mal behalten wollen. So, Schrecken, Nebel. Dann Blitzbeschwören, Licht. Obwohl, Krankheit heilen, Vergiftung heilen und Heilung würde ich mal behalten. Fernheilung. Flammenschwert, Flammenschwert, das Feuer, das diese Klinge schmiedet, ist nie erloschen. Im Namen Enos tötet das nun seine Feinde. Ah, brauchen wir nicht. Feuerball. So, dann Böses Vernichten. Dann Teleport nach Adea, Kap-Dun, Montera, Redoc, Helis. Dann Steintafeln, Altes Wissen plus 3 und Altes Wissen plus 6. Oh, okay. Was haben wir hier? Sieben Stück von denen. So, Ring der Ausdauer. So, dann Schwert. Hier, rostiges Schwert. Haben wir doch ein bisschen was gesammelt zum Verkauf. Knüppel. So, die Armbrust brauchen wir nicht. Denn Stachelkeule brauchen wir nicht. Goldausgleich 6.209. So, jetzt haben wir 30.000. Ich speichere das. Zauber brauchen wir ja nicht. Wir haben jetzt gespeichert. Ich gehe mal rein. Und ich gucke, vielleicht kann ich auch die Untoten hier einfach zu den Orks rüberlocken. beziehungsweise guck mal. Da, da. Oh. Obwohl so. Obwohl so schnappen die jetzt auch nicht. so der Nächste. Jo. Nein. Nicht. Da, daneben. Okay, schnell. Bisschen Abstand. Heilprank. Von der Entfernung schafft er mich nicht. So. Kann ich die looten? Alter, okay. So. Speichern. Wir haben das geschafft. Drei von denen. Die Knüppel nehme ich mal mit. Hier müsste gleich doch irgendwo einer versteckt sein. Meine ich. Da oben. Da. Da kommt noch einer. Und da ist noch ein Skelett. Okay. Okay. Von der Entfernung. Okay. Okay. so der ist schon mal daumen alter der hat ein besseres bild ihr müsst mir eben helfen so dessen schilder will ich gleich haben so skelett jo der hat mich getroffen so achso das ist ein holzschild so okay aber wir haben es überstanden und überlebt so speichern ob das schild von dem besser ist als das was ich habe nein leider nicht dessen waffen auch nicht ich gehe da trotzdem mal rein so knüppel sieht der mich jetzt ich glaube den krieg ich vorher fertig bevor er da ist da sind noch skelettkrieger gucken wir mal die hütte hier an so da kriegen wir auch auf so nehmen wir mit speicher noch einmal lieber einmal zu viel als zu wenig speichern glaube ich das geht teleportstein so jeder kommt jetzt der der kommt jetzt ja genau daneben dieser kopf am fliegen ist okay und den haben wir dann auch erledigt so gibt es hier noch was nein nicht der hocker so kriegen wir da geknappt ja ich glaube wir müssen gotha befreien oder so ruf gotha eine mission verfügbar ist aber ruf 0 da sind noch mehr untote da drinnen hier gibt es nichts ich benutze einmal kurz das lagerfeuer wir müssen ja ein bisschen was haben glaube ich zum braten so 7 aber wir haben teleport stein immer nach hierhin guck mal gucken wir mal in der hütte hier die frage gehen wir zuerst in die höhle oder nach oben ich gehe mal lieber hierhin in den bereich so wirklich stark sind die auch nicht die und roten ja okay wer hat jetzt mich mal erwischt ich liebe es wie dessen köpfe hier einfach wegfliegen äh nein nicht zum feuer ich speichere noch einmal und gehe noch mal rein und gucke mal was da vielleicht noch rumlungert rumlungert ein bisschen zu viele von denen da doch was ist mit dem rest nein nicht zum feuer mal kurz speichern mal kurz speichern mal kurz speichern mal kurz steigern mal kurz steigern Das wird interessant. Okay, den haben wir auch. Einmal kurz Heilkrank. Nehmen wir die Sachen mit, was er hatte. Nochmal kurz speichern. So, den kriegen wir. Ja, komm. Komm mit raus. Komm raus. Ah. Ja, ich liebe das mit dessen Köpfen. Wirklich. So, nochmal speichern. Das sind jetzt nur noch die da unten, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die einen Weg hier rausfinden. Der definitiv. So, ein Schuss noch. Ah, der ging daneben. So, was mit ihm? Ernsthaft jetzt? Der ging wieder daneben? Ernsthaft? So, dann ist nur noch der Skelett da unten da. Der da einfach nur chillt, der auf mich wartet. Warte mal, geht's da noch weiter runter? Ne, das ist nur eine Fackel. So, ich wollte schon sagen. Nein. Also, meine Pfeile kann ich wieder mitnehmen? Was mit ihm? Das bringt nichts. Da geht's ja noch weiter. So, haben wir überstanden. So, nochmal drei. Nochmal speichern. Dann gucken wir mal, was wir hier alles looten können. Aber da geht's ja noch weiter runter. Und hier auch. Okay, was hat mich entdeckt? Das bringt nichts. Während deines Kampfes? Was hat mich entdeckt? Was will ich hier kämpfen? Jetzt können wir. Nehmen wir alles mit. Hm, nein. Okay, was ist da? Wahrscheinlich hier. Ach. Zombies. Versuche ich mal dahin zu locken, wo mehr Licht ist. Ah, der auch noch. Ich sehe nichts. Versuche mal dahin zu gehen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dann haben wir den. Noch mal kurz ein bisschen. Und speichern. Das ist doch nicht dessen Ernst, ne? Yo, yo. Schnell weg. Nein. Renn. Renn, Kumpel. Gegen den Skelett, das schafft ich jetzt gerade nicht. So. Solange er da ist, kann ich den jetzt noch angreifen. Also solange er auf dem Weg nach draußen ist. So. Das sind Sachen, nehm ich auch wieder mit. Das ist aber ein langer Kampf gegen die Untoten hier. Aber wie ist es? Wir kriegen die einigermaßen hin. Da sind noch ein paar Untote unten. So, ne? Ach, komm schon. Ich will doch nur den Korb plündern. So. Schafft ihr es? Damit ich euch besser sehen kann. Von da kommt keiner, glaube ich, ne? Ich will doch nur den Korb plündern. So. Okay, jetzt hat der mich mal erwischt. So. So. Ist noch jemand auf dem Weg hierher? Um zu kämpfen? Das bringt nichts. Es ist immer noch Kampf. So. Mach ich mal Licht an. Damit ich besser sehen kann. Hoppala. Okay. Okay. Wer will hier wo kampen? Äh. Teleportstein. Ich bin in dieser Portstein zum König. Oh. Zum König? Warte. Das muss ich speichern. Ich hatte jetzt kurz gedacht, hinter mir ist noch einer. Wahrscheinlich hier. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Hä? Nein. Okay. Wer will hier kämpfen? Ich gehe mal davon aus, dass das oben ist. Dass von oben irgendwer mitkriegt, dass ich hier unten bin. Teleportstein zum König. Nein. Alter. Ähm. Bitte was? Was ist das denn? Dämon vom Gotha? Yo. Ich werde eure Hilfe brauchen, Leute. Ich werde eure Hilfe brauchen, Leute. Alter, was? Dämon von Gotha. Ähm. So. Dämon von Gotha. Ah, okay. Der ist besiegbar. Ist nur ein langer Kampf. Dämon von Gotha. So. Ja. Erfahrung von Schauen. Wer freigt Gotha von seinem Fluch? Wo ist ein Schwert? Wo ist das Schwert von dem? Wo ist das ein Schwert? Ich will das haben. So. Hier drin waren wir schon, oder? Wie sieht Gotha jetzt aus? Ist immer noch ein Totenschädel. Okay. Jetzt kann ich das hier looten. Ich gehe noch mal nach unten. Das war die ganze Zeit der Dämon, der mich angreifen wollte. Warte mal, ich speichere das noch einmal. So. Was gibt es hier? Nehmen wir alles mit. Ich mache noch mal die Fackel auf. Und ich gucke noch mal, ob ich hier noch irgendwas finde, was ich mitnehmen kann. So. Was haben wir hier? Äh, Ring der Magie. Ne, danke. Jagdbogen. Ah, nehmen wir trotzdem mit. Warte, was war denn das für ein Kelch gerade? Achso, nur ein Silberpokal. Ich habe noch mal zwei Fackeln und noch ein paar Ausdauertränke. So, und dann wollte ich jetzt nach oben, ne? Obwohl, warte. Die Uhr habe ich noch nicht. Abgebrochen. Ja. Gibt es sonst noch was? No. Hier gibt es nichts mehr. So, die Fackel brauchen wir nicht. Nochmal speichern und dann gehe ich nach oben. Da müssen eigentlich noch mehr sein. Wer hat mich hier gesehen oder wo? Hier drinne. Äh. Wo kommst du denn her? Okay, hier ist keiner mehr hinter mir, ja? So, Truhe. Knacken. So, solange niemand hier ist, kann ich ja alles mitnehmen. Viel Gold. Nochmal viel Gold. Schatulle. So, alte Kuh. Noch ein Pult. So, was haben wir hier? Rengda Magie. Und noch ein Sprengpfeil. Und noch ein Goldnugget. Was ist das denn? Nebel. Komm, hier muss noch was neu stehen. Das kenne ich schon. Das ist jetzt enttäuschend. So, Schmuck. So, Heiltrank. Drei Stück kann ich machen. Perfekt. Fleischschwanzen-Ragout. Ah, nice. Okay, man braucht eine Kelle dafür. So, und hier geht's nochmal nach oben. So, Truhe. Müssen wir auch looten. So, alles mitnehmen. Sonst liegt hier, glaube ich, nichts mehr rum, oder? Na, aber jetzt, wo der Dings hier, äh, der Dämon weg ist. Wir können gleich noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, ne? Wir haben jetzt 19 Lernpunkte. Ähm. Wer hat mich gesehen? Alter, jetzt habe ich mich erschrocken. So, erst mal auf eine Ebene. Auf so eine Ebene. So, jetzt du. Ja, komm. Yo. Alter, hat er mich fast erwischt. So, trotzdem alles mitnehmen, was die hatten. Nochmal kurz speichern. Ich will es richtig befreien. Jetzt kommen die Nächsten. Der. Ja, komm. Auf dieser Ebene können wir besser kämpfen, ne? Oder was meinst du? Also, wir müssen jetzt so viele Holzschilder haben, ey. Können wir ordentlich Geld gleich machen. Hier erst mal nach oben. Achso, der da hinten hat mich gesehen. Und er will. Oh. Ah. Ah. Äh, so. Noch mal kurz speichern. Ich gucke erst mal hier oben. Ob hier noch jemand ist. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So nicht. Da kommen wir schon. Okay. Da. So, komm. Nein. Das wird schwierig. Da. Okay, einen haben wir. Ja. Und überlebt. Es kommt ja aber gleich noch jemand. So, vom Sound. Ne, doch nicht. So. Bitte sag mir, kenne ich nicht. Uninteressant. So, hier ist sonst nix. So, hier ist sonst nix. Ja, dann haben wir den Fluch schon mal befreit von Gotha. Und ich würde sagen, den Rest von Gotha befreien wir weiter in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, ja. Untertitelung des ZDF, 2020